Hallo und grüß Gott, mein Name ist Ulrich Bartolmöß, ich leite bei newmove.com das Produktmanagement und Teile des operativen Geschäfts. newmove.com ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz der führende Online-Fitness-Studio-Anbieter und die sind verfügbar auf dem Computer, auf mobilen Endgeräten via App und mobiler Webseite sowie auf interaktiven Fernsehgeräten mittels von Smart-TV-Apps. Wir sind gegründet in 2011 und mittlerweile haben wir mehr als 100.000 aktive Nutzer, die bei uns einen individualisierten Trainingsplan konsumieren können, denen bei uns ein eigener Personal Coach zur Verfügung steht und die vor allem weit mehr als 400 Kurse, die wir in Form von hochauflösenden HD-Videos anbieten, entsprechend konsumieren können. In diesen Kursen können unsere Nutzer unter der Anleitung von professionellen Trainern vor dem Rechner, vor dem Tablet oder eben vor dem Smart-TV-Gerät trainieren und ihre Fitness verbessern. Um unser Angebot abzurunden, bieten wir als Service auch noch Move Slim. Das ist ein Ernährungsservice, wo wir dem Nutzer entsprechend parallel zu seinem Trainings auch Ernährungstipps und Beratungen zur Seite stellen und wir haben einen E-Commerce-Shop an unsere Plattform angekoppelt, sodass unsere Kunden auch Zubehör, was sie zum Prämieren benötigen, bei uns direkt bestellen können. Im Frühjahr 2015 haben wir uns an die Konzeption und Umsetzung einer Smartphone- und Tablet-App für die Android-Plattform gemacht. Für iOS hatten wir bereits eine Lösung in den Stores und haben mit MobiDev einen Partner gefunden, der uns beim Thema Android sehr gut unterstützen kann und sich als ein sehr guter Technologie-Partner für uns erwiesen hat. Unsere Anforderungen wurden seitens MobiDev sehr gut verstanden, sehr gut, sehr detailliert und sehr transparent eingeschätzt, sodass wir auf Basis der Aufwände einen soliden Projektplan mit iterativen Meilensteinen erarbeiten konnten, wo entsprechend auch regelmäßige Präsentationen von Zwischenständen vorgesehen waren und stattgefunden haben. Und wir damit immer einen guten Überblick über den laufenden Status des Projektes hatten. Kommunikation mit MobiDev ist vorwiegend über E-Mails vonstattengegangen, aber eben auch über regelmäßige Skype-Calls, in denen uns von den Projektmanagern bei MobiDev, aber auch von den Entwicklern der App selbst jeweils die Zwischenstände präsentiert wurden, sofern sich da Änderungswünsche unsererseits ergeben haben, haben wir von MobiDev immer sehr, sehr schnell Feedback zu den Chain-Requests bekommen, haben wir auch wieder sehr detailliert entsprechend die Aufwände zurückgemeldet bekommen, sodass wir bei uns einfach und schnell prüfen konnten, passt das noch ins Budget, passt das noch in die Timeline bis zum Launch, was können wir da noch umsetzen. Und gemeinsam mit MobiDev konnten wir so sehr flexibel agieren, was auch die Umsetzung von Chain-Requests noch anbetraf. Schlussendlich die Lieferung des Produktes der App für die Android-Plattform, für Smartphones und für Tablets hat MobiDev in Budget, in Quality und in Time realisiert. Sehr erfreut waren wir vor allem, dass durch den Einsatz zusätzlicher Development-Ressourcen bei MobiDev die Lieferung des finalen Release-Candidates, der dann entsprechend auch in den Google Play Store gegangen ist, sogar einige Wochen vorher stattfinden konnte, also vorher ursprünglich im Projektplan geplanten Projektende, sodass wir eine noch kürzere Time-to-Market hatten, als wir sie eigentlich erwartet haben. Schlussendlich, wir sind mit dem Projekt, das wir mit MobiDev realisiert haben, sehr zufrieden, können MobiDev uneingeschränkt empfehlen und wenn bei uns wieder ein Projekt ansteht, was technologisch so passt, dass wir es mit einem externen Partner umsetzen wollen, dann werden wir mit Sicherheit nicht zögern, wieder auf die Kollegen von MobiDev zuzugehen.